So, und da sind wir wieder bei The Walking Dead. Heute spielen wir die Episode 3, Der Lange Weg. Und ich muss heute wirklich aufpassen, denn meine Arme tun ein bisschen weh. Also hier mein Ellbogen, weil ich mich da mal drauflehne. Deswegen muss ich ein bisschen anders spielen. So, dann spielen wir mal. Oder Spielpunkt, wie es hier mal wieder ist. So, dann spielen wir mal wieder. So, dann spielen wir mal wieder. So, dann. So, dann, ihr könnt euch das, was ihr in der Hälfte. So, dann, ihr seid. F*** dich. So, dann. So, dann, ihr seid. So, dann, ihr seid. Also ihr seid. So, dann. Soll ich, ihr seid. Und ich weiß, ihr seid. Soll ich, ihr habt ihr. Er ist nicht tot. Sonst helfen dir. Komm, wir wissen, dass dieser Mann nicht kommend ist. Oder auch nicht. Diese Spielreihe passt sich von dir getroffene Entscheidung an, dann wird irgendwas wieder mal zu schnell. Da komm ich nicht mit, obwohl ich eigentlich ein ziemlich schneller Leser bin. The Walking Dead in Blau. Das ist mal was anderes. Episode 3 Der Lange Weg Das könnte problemlos verlaufen, wer weiß, mir gefällt das gar nicht. Ja, wir sind hier, glaube ich, in Macon, wie auch die Zeitung eben schon gesagt hat. Und genau diese Straße kennen wir. Wir sollten gehen, wir sollten bleiben, wir sollten uns aufteilen. Wir sollten gehen. Motels laufen ihren Kurs. Es ist nicht sicher. Ja, wenn du das denkst, dann solltest du wahrscheinlich zu sprechen. Lilly ist in. Ist auf jeden Fall schlauer, weil die Essensvorräte, die kannst du ja auch nicht immer erneuern, wenn du irgendwo hingehst. Okay. Just like last time. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The latter come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. So. Hier ist ja wieder unser Drugstore, wo wir auch in der ersten Episode drin waren. Aber da ist anscheinend jemand, jemand hat den Eilflug genutzt und ist hier drin gelandet. Mit dem Hubschrauber. So viel für das Militär. Und ist da hinten noch was? Ach, noch mehr Schutt. Und noch mehr Schutt. Oh, ein Einkaufswagen, da muss ich nachdenken. Oh, Trümmer, da muss ich nachdenken. Oh, Schutt, da muss ich nachdenken. Hm. Aber wollen wir erstmal versuchen, hier doch noch hochzukommen. Ich glaub's zwar nicht, dass wir das schaffen, aber probieren und dann erst hinfallen. keine Ahnung. Das ist doch gar nicht der Lee-Style. Der Lee-Style ist doch immer auf die Schnauze fliegen. Wie wir das schon in den vorherigen Episoden gesehen haben. Hm. So läuft das nicht. Okay. Haben wir denn hier sonst noch was an dem Wagen? Ja, ne Winde. Damit könnten wir das... Da ist sie ein Dad wieder geschlachtet. Sie wird schon wieder... Ja. So, jetzt klappt er dabei. Jetzt müssen wir das Auto da aber auch hinbekommen. Denn allein das hier zu befestigen wird wahrscheinlich nichts bringen. Ja, hier können wir jetzt was betätigen. Läuft doch. Ich würde hier keinen Vorwurf machen. Ich habe nicht gefragt. Ja, ich habe keinen Vorwurf. Man soll nicht klauen von Leuten, die vielleicht auch da sind. was hat er gesagt? Er wird sich damit abfinden immer noch. Was hat er gesagt? Er wollte wissen, ob Herschels Sohn es irgendwie gemacht hat. Ich bin ziemlich sicher, dass er es nicht kennt hat. Es ist nicht so, dass er es nicht kennt. Es ist nicht so. Okay. Und das alles wegen der dummen Schusswunde aus dem letzten Part. Oder letzte Episode. Echt toll, was zum Teufel ist passiert. Bist du okay? Bist du okay? Nein, Dick. Ich bin schockt. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh. Geh weg! Geh! avoided she. Was zur Hölle ist das? Ein Walker? Walkers schreien nicht, oder? Jesus, ich glaube nicht so. Wir müssen helfen. Wir müssen einfach weitergehen. Es ist egal. Wir müssen weitergehen. Wir müssen einfach weitergehen. Ich denke nicht, dass wir da noch viel helfen könnten. Deswegen habe ich das gedacht. Wir müssen sie raus. Wir wissen nicht, dass wir hier sind. Was meinst du? Ich meine, dass wir sie leben lassen. Und sie versucht sie alle zu. Hinter uns. Wir sind immer über diejenigen, die wir nicht sehen können. Sie bleibt und sie bringt sie alle raus. Das hatte ich doch schon vor. Verlassen. Da bringt das Helfen eh nichts mehr. Und außerdem, wer so doof ist und hier rumrennt und schreit, der hat das glaube ich auch verdient. Sie müssen laufen. Sie sind nicht ganz einfach nicht. Bitte nicht. Wir müssen die Helfen wegziehen. Wir haben uns in den nächsten Helfen. Wir müssen nicht weg vom Recker b gedaan. Wir müssen hier vornehmen. Wir müssen uns bewegen, zu diesem Flühen etwas weg. Dann schnappen wir uns hier mal alles. Das ist ja doch relativ viel. Das geht aber auch schnell. Toll, mit Zeitbegrenzung. Okay, noch was? Nein. Mal weiter. Komm schon, alles mitnehmen. 19 Sachen waren also alles? We're still clear. Let's hustle. Oh, weg damit. Na danke, du bist mir eine große Hilfe. Ich helfe echt. Aber immerhin, deckst du mich. Okay. Weck damit. Komm schon, schlag ihn. Ja, schlag doch. Warum hat er damit so lange gewartet jetzt? Ernsthaft? Ich konnte ihn nicht schlagen. Ich konnte ihn nicht schlagen. Ich konnte verarschen. Oh, jetzt darf ich das hier wieder tun. Und jetzt wird er mir wieder nicht helfen. Aus welchem Grund kann ich das denn jetzt gleich einfach so wegmachen? Ja, jetzt bin ich plötzlich so stark. Halt, hier krieg ich hier was drauf gefressen. Wo sind die anderen beiden hin? So, weh, ich kann ihn jetzt wieder nicht treffen. Ja, jetzt schlägt er zu. Ich weiß nicht, was er eben hatte. So. Jetzt bewegt sich nicht mehr. Die Arme nach hinten zu tun und sich damit abzustützen und dann einfach nach draußen zu kommen, ist für mich zu viel. Ist natürlich auch gut, wenn er seine Munition spart und nicht direkt auf alle schießt. Wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet. Angegriffen wurden wir also auch schon. wo wir nichts gemacht haben. Gut, wir sind bei denen bei der Farm gewesen. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. 4. 4. Was übrig war? Nichts. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 22. Wir sind ausreichend geschützt, wir lösen Probleme wenn sie auftauchen. Sie war sowieso bereits tot, wir haben uns gefragt was wir brauchten, das war ein Fehler. Sie war sowieso bereits tot. Sie war sowieso tot. Es hat nicht mehr Sinn in dem Moment. Lee ist richtig. Wir haben unsere Leben auf die Linie gemacht, diese Runde in die Stadt. Du wirst nicht glauben, das was wir sehen. Wir alle erhebten es, Kevin. Du solltest dich bedanken, Lee, für nicht schützend diese Frau. Es ist nicht so leicht für ihn. Schau, Macon und seine Leute sind nicht schützend. Es ist nicht eine Stadt. Es ist voll von walkers. Und die Leute, die wir verlassen sind, die sterben und wandern. Es ist hell auf der Erde. Und es kommt. Sie wird schon darüber hinweg kommen, sie hat recht. Oh, wird schon darüber hinweg kommen. Sie wird schon darüber hinweg kommen. Sie wird schon darüber hinweg kommen. Sie wird sich überrascht. Alles ich weiß, ist, dass wenn diese Sache passiert, ich bin der Schmerz. Ich möchte euch noch einmal bedanken. Für einmal einmal! Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? So, können wir uns jetzt wieder frei bewegen? Ja, können wir. Und so wie es aussieht, haben wir nicht mehr die Axt, denn im Inventar steht keine Axt mehr. Aber ich fand die Axt cool. Ich denke auch über dich nach, worüber mir geht es gut. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut. Ich weiß, dass du gut bist. Du bist ein Verkaufst. Carly, Jesus. Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht, dass sie das verdient sind, und nicht, dass du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, dass die zwei Dinge andersrum. Die Leute müssen wissen, weil wir hier eine Karte haben. Und ich kann nicht sehen, dass Lilly darüber reden, ohne dass es die nächste Sache, die sie sagen wird. Du musst nicht sagen, dass sie alle sagen. Es ist ewig lange her, wahrscheinlich hast du recht, vergiss es. Wahrscheinlich hast du recht. Ich werde es den Leuten sagen. Nein. Ich werde es den Leuten sagen. Sind Leute bereit für die Wahrheit? Fühlst du dich hier auch sicher? Boah. Sind Leute. Sind Leute bereit für mich? Es ist keine Frage, ob bereit für mich oder nicht. Es wird nie eine gute Zeit sein. Aber es werden viele schlechte Sachen sein. Jetzt scheint es nicht so, wie sie es sind. Aber alle sind anders. Wer weiß, wie jede Person es nehmen würde. Vielleicht ist es wert, zu denken, wer sie sagen wollen. Ach, das kann ich eigentlich allen sagen. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob die das wissen oder nicht. Aber dann wissen sie halt mehr über mich. Und dann... Ja, vielleicht könnten die dann auch mit Vorurteilen kommen. Fühlst du dich hier nicht sicher? Nee, fühlst du dich hier sicher? Ja. Okay, aber ich würde erst mal sagen, das war es für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.